Ich bin Entwicklungsingenieur. Ich werde jeden Tag mit unterschiedlichsten Problemen konfrontiert. Als Entwickler muss man natürlich gewisse Freiheiten haben, damit man auch wirklich entwickeln kann. Eigentlich kann ich sagen, ist das meine Hauptaufgabe, Probleme zu lösen. Und das ist auch so der spannendste Aspekt. Ich habe als Praktikant hier angefangen, dann als Bachelorant wurde ich weiter unterstützt, dann wurde ich übernommen. Also die Türe ging auf und nie wieder zu. Und da habe ich das Gefühl bei der Firma Schunk, dass man das sieht und dass man dann auch die Karrieresprünge, die man vorhat, dass die dann auch vollzogen werden. Ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, dass man nicht im Homeoffice arbeiten dürfte. Ich habe zwei Kinder, meine Frau arbeitet und das ist möglich bei uns und ein Riesen-Benefit. Was mir sehr viel Energie gibt, ist, dass man mit den Kollegen auch ab und zu mal Scherze machen kann zwischen ernsten Themen und eben auch mal die Lachmuskeln trainiert werden. Bei Schunk arbeite ich sehr gerne, weil wir einfach auch coole Produkte entwickeln und weil das, was ich tue, einen Sinn hat und bei meinen Greifern weiß ich, dass sie sehr sinnvolle Tätigkeiten machen. Einfach zu sehen, okay, das, was man sich gedacht hat, funktioniert dann in der Praxis letztendlich auch. Also das ist schon sehr cool. Wenn ich über die Messe laufe und mein Produkt in die Hand nehmen kann und sage, das habe ich entwickelt, das sind Zukunftstechnologien, dass man da arbeiten darf, das ist unbeschreibliches Gut. Da bin ich sehr stolz drauf, das machen zu dürfen. Da bin ich sehr stolz drauf, das ist ein bisschen zu tun.